Das wäre jetzt alles andere als nett. Okay. So. Was? Letzter. Letzterler. Ah, super. Okay. Säure. Wir haben Pott gefunden. Pott? Für die Sentin. Ah, okay. Ach ja. Bauen wir mal mit dem Treffer zusammen. Das ging aber automatisch. Raus. Da ist so dunkel. Sup, 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 sup. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Aber ich liebe es auch. Ich möchte wissen, was das ist. Ich glaube, das wurde nie richtig geklärt, oder? Nee, zumindest nicht so weit wie wir gespielt haben. Ja. So. So. Stirb! Tod! Und verderben! So. 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 Grüß Gott! Ja super, was mach ich denn? So, wo ist das jetzt hin? Spawns? Steht auf roten Zeugen. Ich weiss. Jetzt der. Puh, Lantern, ich muss ja alle paar Minuten nachschauen. Äh Sekunden. Mach mal! Ja, das ist ja die Stelle, die sich in den Kreis gerannt ist, dass sich das eine Bier verfolgt hat. Ja. Ich glaube, das passiert gleich wieder. Hier mein Mikrofon, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte es umsetzen. Aber ich konnte nicht. Die Stückchen würden nicht zusammenfassen. Als ob sie nicht aus dem gleichen Objekt waren. Könnte ich das alles vorstellen? Ja, das müssen wir tun. Ja, wenn es halt so schön ging. Ja. Ja. Musste ich nicht hier irgendwie? Ah ja genau. Ja, ich glaube da war ein Gang dahinter. Ich höre jetzt trotzdem mal ein bisschen lang. Ja. In der Box. Ohne Türen. Das ist ein. Major Dislike. Ja, letztes Mal hat es hier Tür aufgebrochen gehabt. Ja. Da bin ich gerade mal weggekommen. Da fällt mir gerade was ein. Das ist diese Brüllkalle gewesen. Ah, da ist diese Luke, durch die wir wahrscheinlich müssen dann. Ja genau. So, wie war denn das? Hier lang, da lang, da rüber. Okay, jetzt wird es verbarrikadiert. Das ist schon mal gut. Ich habe jetzt noch vier Tinder ba... Oh. Ohioioi. Okay, da muss ich aufpassen. Aber hier ist ein Luke-Kelkin. Meist du zum Glück gleich noch eine? Ist es auf der anderen Seite? Ja, ich glaube irgendwo. Ich schwöre aber nicht wieder zurück. Ich fühle mich hier sicher. Ja, weil die Viecher hier nicht durchkrabbeln. Ich sage dich, renn weg, wenn ich was höre. Schreiend. Ne, das hier war nichts. Schau dich mal. Gab es hier noch mehr in dem Raum? Ich weiß es nicht. Geh doch durch diese Tür, die wo? Die hier? Ja. Achso, dann kommst du eh nur in einen anderen Raum, ja. Was hast du denn für eine Orientierung? Ja. Ja. Finde in der Box. Mhm. Steigen wir doch nochmal da raus irgendwo. Ja, ich weiß nicht mehr wohin. Das ist ein sehr, sehr großes Dislike. Dann suchen wir doch mal ein bisschen. Du kannst doch mal dieses Monster da fragen. Freundlich nach dem... Tag, wo geht's denn hier lang? Ja, da rüber. Da hab ich noch das komische... Nein. Das ist ein kleiner Chemistry-Pot. Warte mal, da kann ich nicht einfach da in der Kiste oder sowas drauf schmeißen. Hm. Hm. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verloren. Oh Gott, umso länger man braucht, umso mehr Öl verbraucht, umso mehr Sanity geht runter. Umso schlimmer wird dieses Spiel. Da liegt ein Zettel. Ja. Da lag trotzdem ein Zettel. Ja. Das Vieh schlägt doch gerade die Tür ein. Ja. Oh, oh. Oh Mann, das muss ja jetzt kommen, ne? Ja. Ja. Ach, das wird jetzt ein Spaß. Wie ihr hört, ich glaub jetzt sieht man auch, dass die Kamera ein bisschen verschwommen ist, wenn er läuft. Wenn er sich umguckt. Oh Gott. Und man hört ihn auch ächzen. Wir müssen weiterkommen. Und ohne ProgreSQL die Selle sind nicht hoch. Oh jetzt die Lampe 25 Juni, 1839. Ich fühle mich, dass ich dieses Journal fortschreite, obwohl es für meine Reise nach Afrika war. Das muss sein, dass es sehr wichtig ist. Ich weiß es.